Hallo und herzlich willkommen, einmal wieder zurück zum Bausimulator mit meiner Wenigkeit. Ich grüße euch, hallo. So, heute ist Freitag, nicht nur für mich, sondern auch für euch. Und wir haben ja in der letzten Folge endlich den großen Bahnhofsauftrag der Kampagne beenden können, glücklicherweise. Nun ist es so, ab Montag nehme ich wieder mit dem Stefan auf und ich würde mir den nächsten Abschnitt, also die nächste Kampagne, sprich die Raststätte, die wir bauen sollen, dann mit dem Stefan aufheben wollen, weil zu zweit geht es halt einfach einfacher. Heute würde ich mich mal dem Thema Straßenbau wieder widmen und das können wir über die normalen Aufträge tun. Und zwar gibt es hier eine Verkehrsstraße in der Wohnsiedlung, das ist so links über uns, über unser aktuellen Firmengelände. Die bringt uns bis zu 800.000 Euro. Die ist auch relativ umfangreich für einen normalen Standardauftrag. Die würde ich heute machen wollen. Aber, wir haben 1,4 Millionen auf dem Konto. Das ist eine Menge Asche. Und diese Menge Asche würde ich jetzt langsam auch mal umsetzen wollen. Ihr habt mir gesagt, Randy, gib doch den DAF wieder ab und holt ihr dafür einen LKW mit Kran hinten dran. Dann kannst du gegebenenfalls noch besser abladen. Und ganz ehrlich, das ist eine Judi-Idee. Ich weiß nicht, ob es so Judi ist gegen den Schwerlast, weil das ist ja hier, ich weiß nicht, ob das so ein DAF-Schwerlast-Ding hier ist, so halbwegs, ne? Äh, mit dem Ding da einzutauschen. Aber, hey, why not? Ne, why not? Geh mal ab. Bringt uns, ich weiß gar nicht, was uns das Ganze hier bringt. Das bringt uns nach 71.000. Das ist in Ordnung. Das Geld nämlich. Ja, 71.000, naja, da ist doch gar nicht so viel Verlust mit drin. Dann, äh, gehen wir einmal hier rein, äh, gehen im Bereich Zugmaschinen und hier gibt's ja im Endeffekt nur zwei Zugmaschinen, die das im Endeffekt können mit dem Kran. Das ist der, äh, MAN hier, der PK, hast du nicht gesehen. Alles, was hier unten drunter ist, also der TGX, ist dann alles wieder ohne Dings und das ist ja alles mit der Schwerlast, den hast du nicht gesehen. Äh, deswegen. Ah, gut, dann nehmen wir halt den für 125.000. Beim Kaufen sparen wir jetzt noch gar nicht allzu viel Geld, gerade mal 5%, ne, beim Mieten sparen wir jetzt schon deutlich mehr, aber der wird gekauft, da wird auch kurzerhand mal rangegangen hier und der wird auch auf dem Hof einmal abgestellt. Wir sind nämlich jetzt noch in der Nacht, ich versuche jetzt noch ein bisschen hier erstmal vorzubereiten, äh, dass wir, ähm, naja, sag schon, dass wir im Endeffekt, äh, am, den Tag kommen, ne. Das wäre mir nämlich erstmal ganz lieb, dass wir hier in den Tag reinkommen, äh, bevor wir dann mit unseren, äh, Bauteilen hier einmal mit, äh, mit anfangen, weil alles so lüppt, wie es lüppt. Deswegen werden wir jetzt hier noch ein bisschen generell durch die Nacht cruisen und alles so machen, wie wir es dementsprechend machen. Und, äh, dann kümmern wir uns um den Straßenbau. Ich glaube, da werden wir, äh, ein bisschen beschäftigt sein damit. Wie gesagt, 800 irgendwas, 1000, äh, Zeit, nicht 5 Sanduhren, 4 Sanduhren nur, also ein bisschen kürzer, äh, was aber nicht viel heißen soll, weil 4, äh, weil 4 Sanduhren kann auch schon wiederum eine Menge, äh, Zeit oder Folgen in Anspruch nehmen. Und selbst wenn ich nicht fertig wäre, kann man es ja dann mit dem Stefan zusammen noch vollenden, bevor wir dann in den Kampagnenauftrag mit reingehen. Aber jetzt fahren wir erstmal den neuen MAN da hinten durch, beziehungsweise zu unserer, zu unserem Firmengelände halt durch. Und, äh, dann kaufen wir natürlich noch ein bisschen mehr ein, weil das Geld, was wir haben, sollten wir auch investieren, zumal wir ja, wenn wir uns upgraden wollen, äh, ja auch, ähm, neue Maschinen kaufen müssen. Wir brauchen, glaube ich, bis zu 12 Maschinen, die uns gehören, äh, um in die nächste Ausbaustufe äh, um in die nächste Ausbaustufe zu kommen, plus so eine Kampagne, die einmal, also eine Kampagne, die durchgeballert werden muss. Äh, das ist natürlich eine ganze, ganze Menge. Und das sollte man in dem Falle, äh, gar nicht mal so unterschätzen. So. Da sind wir einmal hier am Firmengelände angekommen, das freut mir. Dann connecte ich gleich mal das Ding hier hinten mit dran. So, dass alles so läuft, wie es läuft. Sehr schön, aussteigen, Licht aus, wäre am Ende des Tages noch eine UDD. Und dann haben wir einmal den M1 mit den Anbaukranen hinten dran. Damit könnten wir schon mal, wenn wir Sachen liefern, ne, äh, müssen wir nicht unbedingt auf einen Kran, also auf einen stationären Kran oder Mobilkran zurückgreifen. Das ist schon mal eine ganze Menge wert. So, und dann habe ich mir überlegt, okay, was könnten wir denn theoretisch gesehen sonst noch so gebrauchen in unserem, ja, Repertoire, ne, an, äh, Fahrzeugen. Äh, da ist mir erstmal nicht hingekommen, ein Kipper, ne, ein Kipper ist bekanntermaßen immer gut, äh, wenn wir irgendwas abtransportieren müssen, et cetera, pp. Ähm, hier haben wir halt jetzt schon das Größte, was wir haben, also hier können wir ja Fahrzeuge transportieren und Waren damit. Aber einen Bagger, einen Bagger brauchen wir immer, ne, also egal wo, einen Bagger brauchen wir immer. Und 250.000, beziehungsweise, äh, 195.000 kostet Atlas, der Liebherr kostet 250.000, ist damit neben den Kett, äh, Bagger, äh, auch mit einer der teuersten. Aber ganz ehrlich, einen Bagger brauchen wir immer. Ähm, mir wird nur noch der Tipp gegeben, ja, man kann auch diese Dinger, also diese Bagger-Aufträge teilweise mit einem Radlader erledigen. Geht er mehr rein, bla bla bla. Ja, aber ganz ehrlich, wenn wir baggern müssen und es geht nach unten, da geht der Radlader Fly in Bittel und dann, wenn es mit der Höhe dann schwappt, das ist dann doof. Und ganz ehrlich, wenn wir einen Radlader brauchen, setzen wir einen Radlader ein, wenn nicht, setzen wir einen Bagger ein. Daher würde ich mir den Liebherr-Bagger in dem Falle hier kaufen, mit etwas Rabatt in dem Falle. Den fahren wir jetzt natürlich nicht mit seinen ganzen 6 kmh aufs Firmengelände zurück. Äh, so viel Lust habe ich dann dementsprechend auch nicht drauf, sondern nutzen hier einmal die Schnellreise und statten uns halt aus. Wenn das Geld dann irgendwann keine Rolex mehr spielt, ne, dann kaufen wir uns das Ganze gerne in doppelter Ausführung, dass wir für Stefan auch immer was haben. Äh, wenn Stefan dann dabei ist, werden wir einfach, ähm, sag ich schon, Stefan seine Parts mieten. Gut, dann haben wir jetzt einen Bagger. Das ist alles schick schön. Radlader brauchen wir nicht. Planierrauben könnte man immer mal wieder gebrauchen, ähm, auch, glaube ich, für die nächste Mission werden wir eine Planierraube brauchen. So ein Motorgerader hier, ne, also ich weiß gar nicht, der macht den Boden so, so irgendwie Dings. Das habe ich bis jetzt auch noch in keiner Mission gesehen. Man sieht aber hier, man kann schieben. Das ist im Endeffekt das gleiche Symbol, wie wir das bei den Rauben auch hatten, ne. Also, ähm, vom, vom Dings her müssten die ja eigentlich die gleichen Sachen erfüllen. Interessant. Ähm, was brauchen wir dann noch? Wenn wir jetzt, äh, uns auf Asphalt konzentrieren wollen, logischerweise irgendwas in der Richtung Walze, äh, äh, Decken, also Abdecker, etc. PP. Mobil Kran, äh, oder beziehungsweise stationärer Kran ist auch bekanntermaßen nie verkehrt. Gerade so ein Turmkrieg-Kran, der uns gehört, ist, äh, ist immer eine gute Idee. Deswegen kaufe ich auch einen Turmtee-Kran und dann auch gleich einen großen. Dann haben wir immer viel mit Beton und, und Co zu tun. Ihr wisst das ja mittlerweile. Deswegen ist ein Beton-Mischer in dem Falle auch nicht verkehrt. Natürlich in dem Falle kein Kenworth hier, sondern wir können uns jetzt hier frei auswählen, ob wir den DAF nehmen oder hier oben den Scania oder halt den MAN. Und ich weiß, es gibt sehr viele Scania-Fans unter euch, deswegen nehmen wir den Scania-Beton-Mischer und kaufen den auch für 128.000. Und natürlich nicht zu vergessen, neben einem Beton-Mischer brauchen wir eine Beton-Pumpe. Das ist auch ganz klar. Da haben wir DAF, da haben wir CK, ich glaube, das ist, äh, MAC, das ist ein Ami-Teil. Dann haben wir den MAN und auch hier haben wir eine, ein Scania-Teil. Weil Kosta-Quanta alles hier 200.000, nur der MAN und der MAC kosten 220.000. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, warum. Haben die einen größeren Auflieger oder was ist da die Besonderheit im Endeffekt daran? Weil es muss ja einen Grund haben, warum das Ding 20.000 mehr kostet, ne? Aber ich nutze das Ganze jetzt einfach mal hier und auch hier entscheide ich mich einmal für Scania. Ne? Euch zuliebe. So, und, äh, den Rest, also gerade so diesen Abdecker und so, weil wir haben jetzt nur noch 500.000, den werden wir dann erstmal noch über die Mietkonstellation einmal machen. Ja, dass das alles erstmal so wird, wie es wird. Und das alles so ist, wie es ist. Brr, 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 machen wir das gute Ding hier einmal an. Fahren das auch einmal hier wieder zurück, weil wie gesagt, wir sind noch relativ in der dunklen Phase drin. Wir werden heute, denke ich mal, im ersten, brr, 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 im ersten Abschnitt zum Anfang, äh, diesen Auftrag mit den Decken da zu machen. Da ist erstmal Materialanlieferung und hier und da und dralala. Ne, erstmal so dieses übliche, kleinere Prozedere, äh, was dann mal mitgemacht werden muss. Und wie gesagt, sobald die Kohlen dann da sind, geht's dann weiter. Wir kriegen ja irgendwann, ich weiß gar nicht, durch was, um ehrlich zu sein, ich glaube, durch Meilensteine generell, kriegen wir ja auch beim Kaufen dann irgendwann nochmal Rabatt mit dazu. Aber Mieten hat uns bis jetzt den meisten Rabatt beschert durch die Meilensteine, wohlbemerkt. Also von daher, joa, 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 joa. Machen wir mal gucken, machen wir mal gucken. Erstmal fahren wir hier mit gepflegten 89 kmh Richtung, äh, Firmengelände. Wir haben es jetzt in 2.44 Uhr ingehen. Ne, also schön einmal hier durch die Nacht. Es gibt leider keine Möglichkeit, äh, hier die Zeit fortzuspulen. Das ist so ein bisschen die Problematik. Also im Fotomodus geht das, aber dann halt auch nur für die Fotos und nicht fürs Gameplay. Ähm, das ist so ein bisschen die Sache. Und jetzt hier mitten in der Nacht anfangen, wohlschätze, hoch, netzü. Dann Simsalabim, wir öffnen mal die, die Tore. Dass wir hier reinkommen, dankeschön. Dass wir das Ganze hier erstmal noch sauber abstellen. Also halbwegs sauber abstellen. Stehen ja nur alle schön nach vorne, ne, weil es die Automatik halt so macht. Wir haben ja auch wiederum mehr Parkplätze jetzt bekommen durch irgend so ein Upgrade da, ne. Also jetzt nicht vom, vom Update, also kein Patch, sondern vom Spiel, weil wir irgendwas Großartiges gemacht haben. Aber, das bringt uns auch nichts, weil das Spiel geht schon so jetzt davon aus, ey, du musst ja übelst viele Fahrzeuge haben. Wo ich mir so denke, ne, wie kommt ihr drauf? Genauso wie Leute, die in die Steam Reviews schreiben, ja, ich spiel das jetzt seit sechs Stunden und hab alles. Wo ich mir so denke, hä, hä? Wie, bitteschön, also entweder alles auf einfach gespielt oder alles übersprungen oder, weiß ich nicht, ne. Also, es geht ja auch, by the way, ne, also alles überspringen, aber das ist, ähm, weiß ich nicht. Äh, wie das manche da so durchspannern können, aber naja. Es ist halt, wie es ist, ne. Wap, wap, dadadidadab. So, gehen wir noch einmal die Betonpumpe hier mit den schönen Scania. Ich muss ganz ehrlich sagen, vom Aufbau her, die können vielleicht einen Tick kürzer sein, ne. Wie die Liebherrpumpe, aber ansonsten, also wie die MAN, das Ding, ne. Aber das werden wir dann auch erst wieder proaktiv im Einsatz sehen. Weil es, ähm, fehlt ja leider daran, das, äh, das ist ja der Kritikpunkt, den ich, äh, dementsprechend den Leuten auch gebe. Es fehlt an Detailinfos im Shop, ne, wie viel kann geladen werden, ähm, äh, und so weiter, und so weiter, ne. PS und so, Entschuldi. Das wurde hier im Spiel alles außen vor gelassen. Weiß ich gar nicht so genau, warum. Eventuell, weil es keine Rolle spielt, so durft wie es sich anhört. Die Betonpumpen haben alle das gleiche Volumen und eventuell die gleiche Reichweite. Die Betonmischer haben alle das gleiche Volumen. Die, äh, Bagger haben abseits, mal von groß und klein, äh, das gleiche Schaufelvolumen, beziehungsweise Schaufelvolumen wird ja durch die Skills eh nochmal künstlich vergrößert, äh, etc., etc. Ähm, vielleicht deswegen steht es nicht da. Die Kipper, könnte man jetzt sagen, hat so einen Case Raubenkipper, also ja diese großen, die auf den Scheinbrüchen, also so einen Scheinbrüchen eingesetzt werden, diese Dampteile hier, Dampfer, äh, haben die mehr Kapazität als so ein normaler MAN Kipper mit einfach nur Dingsippen drauf, in der Realität und rein nach der Logik. Ja, wird das im Spiel so berücksichtigt oder passt da einfach genauso viel rein und es wird einfach bei den Großen nur anders verteilt? Das ist die Frage, ne, das wissen wir nicht. Aber, uh, das Licht geht aber langsam aus. Das ist cool. Also wenn es genauso schnell auch angehen würde, aber, also so langsam angehen, obwohl, ne, schnell müsste es eigentlich angehen, langsam dürfte es nicht ausgehen, ne, irgendwie so. Egal, so, wir haben unser Zeug hier besorgt, das ist, äh, sehr, 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 sehr schön. Sechs oder sieben, ne, was gehört uns jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf der Anhänger, sechs, sieben, also sieben Geräte gehören uns, zwölf müssen sie uns am Ende des Tages gehören, äh, um da weiterzumachen. So, Verkehrsstraße in der Wohnsiedlung, die nehmen wir an und stellen hier auf hoch. Und da seht ihr vier Dings, Abschnitte sind trotzdem relativ überschaubar. Wir haben ein bisschen Material, was wir anliefern, beziehungsweise aufladen müssen hier. Gerade, ihr seht Kanalrohre und alles, also sprich, das muss alles erst noch vorbereitet werden, was wir hier machen. Und der Ort ist dementsprechend hier hinten in der Wohnsiedlung, also rechts am Gewerbegebiet vorbei, also sprich da, wo wir auch vorher den Bahnhof, äh, bearbeitet oder gearbeitet haben. So, sehr schön, den Auftrag nehme ich an. Und man hat erst mal als allererstes eine Entsorgung dazu, ne, Abfallentsorgen, Restmüll und Gesteinsbrocken, die entsorgt werden müssen. Und wir haben ja jetzt hier diesen, äh, großen Trailer. Äh, ist ähnlich, was ich mir gerade noch vorstellen kann, um ehrlich zu sein, äh, was wir uns vielleicht noch kaufen können, anstatt diesen Riesen-Oschi, den wir ja eigentlich auch noch für Riesenteile brauchen, äh, dass man da vielleicht einen kleineren noch mitnimmt. Aber ganz ehrlich, wir bleiben erst mal hier dabei. Ich schaue mal kurz, wo wir hier hin müssen. Ist das das hier? Genau, das ist die Verkehrsstraße. Da setzen wir mal kurzerhand, ne, ja, dann setzen wir mal kurzerhand Markau, wollte ich da sagen. Dankeschön. Das ist ja einfach nur hier raus und gib ihn. Mehr ist es in dem Fall ja gar nicht. Und dann, äh, haben wir jetzt gleich den Vorteil mit den neuen MAN und alles, dass wir den Spaß dann auch gleich aufladen können. Auch hoffe ich zumindest, wenn nicht, äh, hoffe ich, dass da ein Kramplatz ist, äh, und dass wir das über die Kramplätze da noch steuern können. Das wäre, äh, auch, äh, gut von Vorteil. Also, weil den Helgner, den wir halt die Zinten dran haben, der ist halt, äh, ein bisschen überdimensioniert, muss man auch dazu sagen, weil es halt für Fahrzeuge gedacht ist. Ich meine, klar, ich hätte so klein den Bagger mitnehmen können und alles, was man halt irgendwie dazu braucht, ne. Wäre ohne Möglichkeit gewesen, aber halt, das sparen wir uns halt einfach für, ui, für die Multiplayer Seasons mit den lieben, ui, 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 mit den lieben Stefan auf. Und ziehen wir hier einmal durch. Dass es so läuft, wie es läuft. Schöne Jahre noch Dings vorbei. Ich bin gespannt, wo die Straße sein soll. Wir hatten ja, wo wir den Bahnhof gebaut haben, absolut keinen Verkehr. Hat sich aber, glaube ich, herausgestellt, der Verkehr fließt dann, äh, ist dann wieder geflossen. Das war ja jetzt nicht hier drüben, ne. Genau, da haben wir ja diesen riesen Bahnhof gebaut. Ähm, der fließt dann ja wieder, nachdem der Auftrag abgeschlossen war. Ähm, es gibt ja ein paar Stellen, nämlich auf der Karte, da ist Baustelle, also da existiert rein theoretisch gesehen nix und deswegen fährt er auch keinen Verkehr. Also, baustellentechnisch halt, ne. Ähm, aber das war da, glaube ich, gar nicht mal so der Fall. Hm, schöner Sonnenaufgang hier. Ah, herrlich. Das werden wir jetzt eine ganze Weile im Real Life nicht mal sehen, ne. Winter is coming. So, die Straße ist irgendwo da hinten, okay. Sehr verschachtelt alles wieder. Da müssen wir die rein, aber ich glaube, die müssen wir komplett erst reinziehen. Die existiert in dem Falle noch nicht, ne. Nicht nur ausbessern, sondern halt wirklich mal eine komplette Straße in dem Falle machen. Ja, das ist schon ein bisschen was anderes. Hier existiert noch alles, hier sieht noch alles gut aus. Und jetzt hier links rein. Führt ja eigentlich mehr oder weniger... Ui, 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 ui. In der Sackgasse, ne. Ah ja. Na gut, ein bisschen vorbereitet haben sie es. Aber nicht allzu viel, muss man auch dazu sagen. So. Uh, da soll ich jetzt, äh... Uh, halt. Da muss ich mir, ja, muss ich mir erst mal umgucken, ja. So, ist ja die Markierung weg. Äh, mehr oder weniger. So, Baumaterial aufrichten. Ja, stimmt. Ah ja, das hab ich euch noch gar nicht gezeigt, weil ihr das gedrückt haltet. Naja, mehr oder weniger. Ne, könnt ihr das so anheben teilweise. So, die müssen einmal einfach hier hingelegt werden, okay. Das sind die Gesteinsbrocken. Und dann haben wir noch eben mal Restholz hier. Das ist das Zeug. Und das soll ich auch einfach aufheben, oder was. Aber gut, fangen wir erst mal mit den Gesteinsbrocken an. Da muss ich mal kurz den Trailer anders hinstellen. Äh, dass wir das hinkriegen. Äh, weil dann brauch ich noch den LKW dafür. So. Also ein bisschen hier rückwärts stellen. Nicht zu nah am Straßenbereich rein. Da noch ein bisschen. Sehr gut. Gut, dann einmal abdüdeln. Wenn er es denn mal macht. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Ne, das ausfahren sollte ich jetzt nicht. Das ganze Level einfahren. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Und bitte mich langsam hier an den Stein. Oh ja, das ist ja. Den haben wir schon mal gut mitgenommen. Ja. Aber Schleifsporen an ist ein neuer LKW. Da kann, kann, da hält ein bisschen was aus hier, ne. So, Funktionsmodus. Und dann nutzen wir den ganzen Spaß gleich mal. Bitte hier, Kameraperspektive wechseln. Das könnte man jetzt zum Beispiel auch mit dem Radlader oder Co. erledigen. Zum Beispiel. Das wäre einfacher irgendwo. Glaube ich zumindest, dass das irgendwie einfacher wäre. Aber warte mal, wo ist denn hier die maximale ausfahrbare Länge? Äh, noch ne Achse hat er, ne. Das ist dann aber auch der allerletzte hier. Also, den Baumstamm, da hinten komme ich glaube, gar nicht erst ran, ne. Sieht auf jeden Fall nicht so danach aus. Ich versuch's zwar mal. Ah, jetzt war die letzte Schiene ausgefahren. Ja. Ah, knapp daneben ist bekanntermaßen auch vorbei. Das wird so nischt. So, dann fahren wir das Ganze mal kurzerhand hier ein. Machen das wieder nach oben. Schaffen wir das da ja rum. Die haben natürlich alle wieder ihre, selbst die Steine haben eine feste Position, muss man dazu sagen. Ist ja auch so das, was manche Leute stört, ne. Dass das alles so vordefiniert ist, wo man es theoretisch ablegen muss oder kann. Aber ja, gut. Das ist dann halt casual, ne. Das ist dann sehr harte Geschmackssache, ob man es halt mag oder halt nicht mag. Und noch ein bisschen eher ran hier. Und dann sind wir direkt vor, vor unseren Pforten das Ganze. Und dann bin wir weiter nach oben. Jetzt muss man ja nicht gleich den guten LKW wieder zerkratzen. Und dann bitte noch hier oben gucken. Und kurzerhand mal hier Perspektive wechseln. Ja, da haben wir jetzt noch einen Stein, einmal Holz. Und das zweite Holz, da muss ich wieder ein Stück rückwärts fahren. Da bin ich dann doch zu weit nach vorne gegangen. So, ein bisschen noch anheben hier. Ah, das sollte so reichen. Jawohl. Sehr schön. Auch funktioniert gut, der LKW. Muss man sagen, mit dem Kran. Hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich so erstmal nicht gedacht. Sehr schön. Dann mache ich mal kurz den hier. Und setze den wieder an. Okay, er kann den hintersten Fuß angeblich nicht aufsetzen. Aber immer wieder lustig. Weil da ist eigentlich theoretisch gesehen nichts. Aber okay. Ne. Er meldet weiterhin, dass er den hier hinten nicht abstützen kann. Aha, wilde Sache. Dann setzen wir halt noch ein Stück weiter rüber. Kriegen wir es. Ja. Oder ich setze ihn erst einmal zurück. Das ist natürlich bekanntermaßen auch eine Möglichkeit. Die immer wieder gern von mir genutzt wird. So, jetzt aber ja. Na, geht doch. Manchmal hat das Spiel sich ein Bild lullig. Sehr schön. Dann haben wir da die ersten 24.000 verdient. Und jetzt seht ihr auch schon, äh, brauchen wir einmal, äh, einen Graben ausheben. Und wir müssen Material anliefern. Und genau da, wo jetzt auch mein Trailer steht, ist natürlich auch wieder köstlich. Und ausbaggern müssen wir das Ganze auch noch. Deswegen haben wir da in Bacca. So, dann kommen wir mal hier den ganzen Spaß erst mal an. Sehr schön. Und dann gehen wir zum Baustoffhandel. Und dann setzen wir einmal eine Markierung. Wir haben jetzt hier einfach den Vorteil, dass das alles gleich hier gegenüber ist. Nur einmal kurz die Straße runter. Und da unten ist er dann ja schon. Das war das Licht. Gehen wir einmal hier ran. Und holen uns das Ganze. Sind ja gut in der Zeit, ne? Und vor allen Dingen, man muss ja auch schon mal sagen, mit den Aufräumen haben wir schon mal 12% erledigt, ja? Beim Bahnhof wären das so 1% gewesen. Vielleicht 2%, 3% vielleicht. Nein! So, dann nutzen wir mal kurz hier die Bordsteine dafür. Wir haben ja auch ein bisschen was zu tun, ne? Ihr wollt ja auch eine neue Straße haben hier, ne? Da müssen wir mal ein bisschen schneller arbeiten. Das wird so, sonst wäre die Geschwindigkeit nicht. So, hammergeil. Das ist unser Baustoffhändler, wo wir hin müssen. Nachdem wir uns hier einen 30 kmh schnellen Auto nochmal unterordnen. Na, weil wir haben ja die Ruhe in Person weg, ne? Na, kostet ja nicht. So. Dann fahren wir einmal hier schön in die Ladezone rein. Wir werden einmal einkaufen. Wir können das auch manuell beladen. Wie gesagt, das heben wir uns alle so für die Multiplayer-Season auf. Oder für die zweite Season im Bausimulator im Singleplayer. Deswegen. So, Filter. Keiner? Doch, ich hätte gern einen. Und zwar Job01. Alles, was hier ist, hätte ich gern einmal. Na, alles, was ich hier einmal habe. Na, zweimal... Oh, Halt. Wie kann ich es entfernen? Y? Okay. Bam, bam. Zweimal eine Kabeltrommel. Zweimal einen Schacht. Dreimal Pflastersteine. Einmal einen Stahlträger. Dreimal Kanalrohr 3. Zweimal einen Kanaldeckel. PVC-Rohre zweimal. Und eben einen Holzbalken. 34.000 macht das dann. Das krieg ich immer hin. Liefern an Hof. Automatisches Beladen. Hätte ich gern. Vielen Dank. Kaufen. Kein passendes Transportfahrzeug verfügbar oder nicht genug Platz auf der Ladefläche. Das ist immer eine Top-Ansage, sage ich dir da. Und wisst ihr, an was es liegen wird? An diesem großen Teil hier, glaube ich. An den hier nehme ich. Machen wir entfernen. Gehen wir mal zur Kasse. Nein. Stehe ich nicht richtig davor oder wie? Eigentlich stehe ich ganz gut auf der Ladefläche, würde ich mal behaupten. Ja, ist halt ein riesen Trailer. Das ist halt ein bisschen schwierig, aber... Also Platz, also da ist Platz genug. Also das kann ich mir beim besten Fall nicht vorstellen. Ich meine, wir sollen ja auch erst mal nur, wie ich auch gerade sehe, wir sollen ja gar nicht mal das ganz große anliefern. Sondern erst mal nur zweimal Holzpaletten, Holzbalken und Stahlträger. Also mehr soll man ja eigentlich auch noch gar nicht machen, großartig. Deswegen lasse ich mal kurz hier das alles raus. Also alles, was hier gerade die Kanalschächte sind, lassen wir mal. Und dann gucke ich mal kurzerhand hier. Gehen wir mal in den Filter rein. Also Betonsäcke brauchen wir auch noch nicht. Das lassen wir weg. Die Palette Holz. Die Stahlträger brauchen wir. Die Pflastersteine brauchen wir noch nicht. Die Holzbalken haben wir. Die PVC-Ruhrer brauchen wir auch nicht. Also nehmen wir erst mal nur das. Da sind wir erst mal nur bei 11.000. Und das hat auch alles funktioniert. Gucken wir mal, wie das hier aufgeladen ist. Ja, das sieht doch super aus. Ah ja, das ist, ne? Also da kann man ja nun wirklich nicht mehr gern, ne? Aber am besten Willen nicht. So, Holz, Holz und Stahlträger. Sind das da jetzt zwei verschiedene Dinger da? Ja, das sind zwei verschiedene Euro-Paletten, ne? Ah, okay, gut. Zwei, eins, eins. Ja, das haut hin. Ja, das haut hin, das haut hin. Ich will jetzt aber, ehrlicherweise gesagt, nicht doppelt und dreifach hier runterfahren. Ähm. Da müssen wir ein bisschen an die Spritkosten denken, ne? Das gufft sich jetzt auch nicht mal so nebenbei, ne? Aber irgendwas, also gerade die Kanal... Ich liebe die Kanal-Dinger. Da wird er am meisten Probleme damit haben. Aber ganz ehrlich, die Säcke kann ich mitnehmen. Das kann ich mitnehmen. Die Dinger kann ich definitiv mitnehmen. Die kann ich genauso mitnehmen hier. Und dann belassen wir es halt erstmal nur bei den Kanal-Deckel. Ne? Und gut ist. Dann sind die Kanal-Deckel halt scheinbar eine Nummer zu groß erst mal. Ja, guck mal. Nehmen wir gerade mal die Hälfte. Ja, gut. Das könnte in der Tat ein bisschen schwierig sein. Gut. Dann, äh, einmal wieder nach oben. Äh, Richtung, äh, Baustelle. Die, äh, einmal... Äh, äh... Ich drücke immer die falsche Taste, die einmal hier ist. Ja, ich könnte jetzt hier theoretisch immer... Wie man es macht, machen wir es falsch. Ne? Wenden eher schwierig. Obwohl, der sagt, ich soll hier wenden. Ja, mutig. Sagen wir einfach mal gucken, ob das GPS so funktioniert. Sieht nämlich ziemlich enge aus. Aber gut, dann müssen wir hier ein bisschen ausholen. Ach, na gut. Hab nichts gesagt. Ja, doch, ich hab was gesagt. Easy peasy. Lemon's crazy. So. Dann schaffen wir erstmal den ersten Teil hoch. Kanal, äh, Glympe holen wir dann später. Ich hoffe, das klappt auch alles so, wie es klappt. Uh-ha. Sachte, sachte. Ich muss mal hier durch. Hi, du darfst gerne vorfahren. Schwere Lieferung und so. Sehr schön. Jetzt ist wieder die ganz große Frage. Wo stellen wir uns denn hier eigentlich am blödesten hin, ne? Ich kann mich jetzt irgendwie versuchen, hier so mehr oder weniger halb über dem Bordstein, dass da noch irgendwie so halbwegs Platz ist. Aber, uh, Handbremse sollte gezogen sein. Dann wechseln wir mal hier den Modus. Ich weiß ja gar nicht, ob das Ding eigentlich dafür ausgelegt ist, ne? Für solche riesen Trailer. Ob wir da überhaupt bis hinzukommen. Wäre ja jetzt wieder aberwitzig, wenn das nicht funktionieren würde. Oh, wir hängen fest. Moment, ich muss hier höher. Aber kann ich gerade nicht, weil ich festhänge. Oha, hm. Jetzt. Uiuiuiui. Ja, wenn du mit dem Ding einmal festglitschst, hast du verloren. Nee, ich komme echt nicht hier hinten. Also da komme ich noch dran. Aber an den hintersten komme ich gar nicht dran. Ey, das ist natürlich wieder, das ist ja wieder mal eine absolute 10 von 10. Ja gut, der Trailer ist halt eigentlich auch, ne? Er hat man schon fast sagen können. Ich bin einfach nicht dafür gedacht, solche Dinger da mitzumachen. Also bis hierhin geht es gerade noch so bei den Stahlträgern. Aber vielleicht kann man da noch irgendwie durch die Höhe ausfahren. Muss man dann gucken. Weil per Hand kann ich da halt leider nichts machen. Also ich kann die auch nicht so verschieben. Oh doch, jetzt. Uiuiuiui. Okay. Wu. Glück gehabt. War dann doch scheinbar nicht komplett ausgefahren. Sehr schön. Da wurden einmal die Baumaterialien geliefert. Dann steigen wir einmal aus. Und jetzt steht hier noch das große Buddeln und Backern insgesamt an. Mal die Markierung hier aufheben, dass der Schnulli mal hier aufhört, so rumzuleuchten. Sehr schön. Das ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Das steht jetzt schon mal fest. Man könnte den Abraum theoretisch mit wegrubben. Wisst ihr, so ein voller Trailer bringt ein bisschen was an Geld. Zumal der Abraum ja auch vielleicht doch irgendwo hin muss. Ich überlege gerade, ob ich es machen soll. Weil wir müssen von da nach da. Ich meine, das kann ich alles nach links und rechts schütten jeweils. Ich weiß noch nicht, aber das wird uns später, es wird eh gelöscht werden in dem Fall. Deswegen halt so die Perspektive. Lohnt sich, es lohnt sich nicht. Also wir brauchen sowieso erstmal einen Bagger. Das steht ja jetzt schon mal fest. Den werde ich mir jetzt auch erstmal aus dem Firmengelände hier holen. Der nicht. Den hier hätte ich gern. Weil wir haben ja noch keinen Kipper in dem Fall. Also in dem Falle. Und mal auf Schnellreise angelegt hier. Ja, da fahren wir mit dem großartigen 5 kmh, ja. Kurz auf den Bordstein rauf. Wieder hier rum. Wenn wir da anfangen von hinten nach vorne zu arbeiten, ist das glaube ich durchaus eine Möglichkeit. Das wird jetzt so wird, wie es wird. Also halt ja, darüber brauche ich ja nicht zu steuern. Aber hier so ein bisschen, da ein bisschen. Dass wir hier so halbwegs gerade kommen. Aber ich schleppe das Zimmer. So, vom Dings her gesehen, aus der Perspektive gesehen, sind wir hier Linie an Linie. Da fahren wir nämlich nach ganz hinten. Auf jeden Fall kriegt man aber einen Boost. Wo kommt denn jetzt die 10 kmh hier auf jeden Fall her? Das sage ich mal. Tö, man fragt sich. So, dann gucke ich mal kurz hier, wenn ich Schaufel aufmache, ob das alles so passt, wie es passt. Ja. Ja, holen wir uns einen Kipper, holen wir uns keinen Kipper. Kommt drauf an, wie tief wir müssen insgesamt. Und ob es sich lohnt oder nicht lohnt. Aber ganz ehrlich, wir sind jetzt geldtechnisch gesehen schon mal gar nicht mehr so krass dabei. Wir könnten uns eigentlich einen Kipper holen. Muss ja jetzt nicht wieder so ein krasser Cat hier sein. Na, ähm. Was ist ein Bell eigentlich? Ach, das ist Case. Oh, so ein Case-Kipper. Oh, ich verstehe. Ja, ich meine 196.000, 215.000. Ach, ne, halt, das ist ja das da oben. Also, da muss theoretisch mehr reingehen wie bei so einem MAN. Das geht ja gar nicht anders, ne? Also, theoretisch gesehen. Wir könnten aber halt auch so ein Dev oder halt so ein Scania. Der kostet 120.000. Im Vergleich aber zu denen kosten die auch noch 120.000. Nur die großen Muldenkipper, die kosten deutlich mehr. Aber die haben alle das gleiche Symbol. Also wirklich, allesamt haben die das gleiche Symbol. Kannste bekanntermaßen machen, nicht. Hm. Ich nehme einfach mal den Scania. Äh, halt, das war das falsche. Obwohl, steht da im Ausstellungsraum was dazu? Naja, es gibt nur einen Rabatt und einen Grundpreis. Hier gibt es noch eine generelle Erklärung. Und das war's, ne? Ja. Mehr ist es nicht. Selbst im Ausstellungsraum steht da nichts weiter dazu da. Ne? Achso, ich kann da hier durchklicken und bla und alles. Aber ansonsten, nö, ne? Hm. Naja, da mit mir uns den ganzen Spaß. Steige ich kurz ein. Schaffen wir nach oben. Das ist so wert, wie es wird. Die 26 Dollar für Schnellreisen hab ich nur noch übrig. Uh, halt. Hier stehen ja. Wer ist jetzt beinahe. So. Wer ist ja jetzt beinahe in unsere Palettenlieferung hereingeknallt. Und ich merke gerade auch bei den Scania, es ist überall gehen die Warmblinker, außerbald du aussteigst. Eigentlich ist ein bisschen doof. Also eigentlich sogar ein bisschen sehr doof. Oh, naja. Egal. So. Einmal Schaufel, so halbwegs, naja, das war jetzt nicht gerade tief. Da ist auch die Schaufel in dem Fall dann noch nicht voll. Ich sehe auch jetzt, ehrlicherweise gesagt, nicht wirklich. Habe ich jetzt hier getroffen oder habe ich es komplett daneben gekippt? Äh, Mischmasch. Okay. Sehr gut. Äh, naja, naja. Komm, gehen wir hier in die Arbeitsperspektive rein. Gehen wir hier wieder ein bisschen weiter runter. Gehen wir hier ein bisschen näher ran hier. Und dann müssen wir auch mal ein Tick weiter zurück. Jetzt müssen wir hier ein bisschen mehr Uyat-Noga. Ein bisschen mehr, mehr Dings hier haben. Ja gut, ein bisschen nah dran dort lehne. Aber theoretisch gesehen, alles machbar. Ich muss den, wenn ich es effektiv haben will, muss ich den ein bisschen weiter rüber setzen. Einfach rüber und rüber machen kann, ne. Ohne dass ich da jedes Mal hier aufpassen muss, dass das was wird, wie es wird. Mhm. 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 So, kurz gucken hier, ob das tiefentechnisch eigentlich passt. Aber ne, tiefentechnisch passt das auch noch gar nicht. Also wir müssen sogar noch tiefer rein. Ich nehme einfach nochmal hier komplett eine Schaufel mit. Wollah, hören. Immer noch rot, okay. Wie tief zur Hölle müssen wir hier? Vor allem, warum verliere ich immer so viel aus der Schaufel? Okay, hier unten kommen wir jetzt gerade mal in den grünen Bereich. Also ich muss mal sehr, 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 sehr tief nach unten. Dass das Ganze wird. Ich verstehe es noch nicht so ganz, warum ich immer nicht wenig, muss man dazu sagen, Material aus meiner Schaufel hier verliere. Aber ich mache das Ding zu und es fehlt immer irgendwie was. Ganz eigenartig, obwohl nichts rausfällt. Ganz, ganz wild, aber, okay. Jetzt wird außerhalb gucken, hier ist so viel rot teilweise. Ist aber immer noch rot. Müssen wir dann noch tiefer? Und ja, langsam hier wird es ja ganz schön wild. Ich meine, man kommt noch tiefer. Ah, da wird es grün. Ja, wir haben doch gerade mal, man sieht es, drei Prozent, ne? Und wir haben hier ein ewiges Loch schon. Und dann werden wir ja wieder ran hier. Uiuiuiuiui. Gucken. Ja, da wird es schon was. Na, das ist ja dann bitte was mit. Müsste ja wohl langsam mal voll sein, die Kiste. Ja, okay, also so kommen wir ungefähr dahin, wo wir hinkommen wollen. Das wird ne Menge. Das kann ich... Das kann ich so schon mal sagen. Das wird wursch aus ne Menge, ja. Ich glaube, wir passen langsam nix mehr mit drauf in dem Falle. Aber, okay. Gut, aber Jungs, Mädels, wir sind erstmal wieder fertig für den heutigen Part. Wir haben schon wieder die 40 Minuten Marke gerissen und gehen auf eine Dreiviertelstunde zu. Also, Stand der Dinge ist, wir müssen auf diese Tiefe hier, ne? Das muss alles abgetragen werden. Und, äh, das ist nicht wenig. Da haben wir ordentlich was zu tun hier. Äh, äh, bleibt auf jeden Fall spannend jetzt hier. Na, in dem Sinne danke ich erstmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Äh, lasst ein Däumchen, ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis denn, Herr der Renne, Tschüssikowski, Tschü Tschü!